ich versuche das Reh zu töten die Rehe sind halt echt sau schnell ja du hast es einfach wie dumm das einfach ich hab einfach so da rechts geguckt und da steht einfach so so Reh so ganz wehrlos und du prügelt sich in der Axt voll drauf ein wie viel Fleisch ist denn das? ich weiß nicht bestimmt viel ich tue mal zwei drauflegen das sah so gewalttätig einfach aus ich bin auch gewalttätig Junge man kennen die in den gewalttätigen Floh es gibt nur einen gewalttätigen, oh da ist noch ein Reh ich schleiche mich langsam ran ich hab's ich habe es ich fühl mich richtig schnell dabei was war das für ein Kampfschrei du musst immer guck mal das machen wir jetzt aus okay unser Baumhaus zeigt ja in die Richtung hier über den Felsen hinaus und von da aus musst du die Pole sagen okay Pole ja also quasi ich guck grad nördlich warum guckst du nördlich warum guckst du nördlich? ja weil ich grad da hingeguckt hab wo denn? wo ist nördlich? da wo ich hin guck das heißt nie ohne Seife waschen ja ja das musst du erstmal in einer Stresssituation machen dass du sagst oder halt die Uhrzeit wo wo steht das Baumhaus nochmal? dass wir immer in die Richtung denken weil sonst verstehe ich immer nicht was du meinst und ich nicht was du meinst ja woher soll ich denn wissen wo jetzt da Osten ist oh hier liegt ein Molok hm ich hör fliegen um den Molok herum ja die vergammeln auch innerlich und äußerlich innerlich und äußerlich Junge das hört sich so hässlich in den Kopfhörern an als würd einfach die Fliege in meinem Ohr sitzen da sind Moloks nördlich äh Nordwesten eher Junge das sagt mir genauso wenig wie wir auch sonst mir nicht ich würd es schaffen links von dir immer noch links? jetzt rechts jetzt geradeaus ich kill den Hasen ich kick's nicht hinter dir zu töten du musst es für mich machen ich kick das nie hin du bist viel zu blöd ja was machen wir jetzt das? warte ich google mal kurz wir suchen einen Kampf und äh in dem Kampf gibt es bestimmt ein Seil der Verrestseile ach sieben Stoff einfach ne oh geil Wasser ja ey ich bin Wasser oh ich bin ja mit einem Anus echt? ist geil oh jo das ist so gemütlich und jetzt direkt abhacken oh nein was war das denn für ein Bug jetzt sind hier Blätter drin siehst du das? ja das macht es noch gemütlicher ja natürlich sehe ich das ja geh einfach raus oh nein jetzt hast du es kaputt gemacht du Arsch ja ne das ist verschöner Dekoration hör doch auf guck dir den Ritz an Junge wir müssen gleich wieder 35 Holzstimmel sammeln warte komm komm log in zu mir oh wie schlecht ja ich auch hinter dir hinter mir habe ich gesehen ja dann weg da ist das Re wo ich schubste es einfach gleich runter wo ist es nicht wo ist es nicht oh oh lol jawoll wir haben es mal wieder geschafft und haben den Tag gerettet da ist der der kommt der kommt so ganz der kommt so ganz entspannt anmarschiert ey komm lass den unterschubsen da kommt noch einer übrigens jo geh mal weg ah ich fall ja ich weiß bei mir ist ein Molo kein Molo ey der Typ stirbt der dann weg jo ich bin ich bin tot Junge ich kämpf gegen den Boss ich bin tot übrigens der hat mich einmal getroffen hälfte dem weg da ist ein Molo und der war in mir der ist weggelaufen ey warum sind hier Molo ja warum sind hier schon wieder so viele die riechen uns also ich pirsch mich an den Garn ja hast du einen Stock noch jetzt habe ich ihn da ist noch ein Molo ja dann komm mal her weil sonst attackiert er mich von hinten gleich attackieren attackieren wo ist er denn komm mit wo ist denn der andere ja der ist weggelaufen wieder wir brennen brenn nicht auch bei mir schad alter in brennender Idiot rennt gern in unser Baum du hast den letzten Schlag gesetzt oh nein nicht da runter kippen nicht AUBAMA uuuuuh jo den krieg ich noch er jumpt er mal runter er geht halt echt runter lebensmüde ist der Typ ein stemmla bra manu ja genau schmeißen wir da hin kann ich da jetzt und dann tritt er noch dran ein Felllager Knochenkorb ist doch hier bist du behindert was ja der Knochenkorb boah wie du grad geleckt hast wo da ist der Knochenkorb hier hab ich da hingestellt man du musst ihn nur auffüllen oh lol mit Stöcken ich hab keine Stöcke ich auch nicht weil Stöcke doof sind wir gehen jetzt auf ne Reise und dabei finden wir bestimmt Stöcke ja hier zum Beispiel einfach durchgehen eh Aua voll warst du ja alter Junge ich dachte schon man wie direkt so voll warst du was als hab ich schon eine Knochenrüstung egal Guck mal meinen Arm an bin ich nicht cool jetzt wird gerade Nacht ne ja klar welchen besseren Zeitpunkt hätten wir uns versuchen können um loszugehen eben es gibt keinen besseren Mike hier ist gar nix man ja ich weiß ich geh jetzt schwimmen bye bye machs gut haudio war das jetzt das Ende der Folge ne war es nicht das wär aber irgendwie witzig ich hörn Moloch ich hörn Moloch aber wo unter mir hinter uns hinter uns hinter uns ja dann komm hoch komm hoch ich kann nicht rennen wir müssen besiegen nein Nein das ist kacke wir müssten mal irgendwie ein Lager finden oder so warum ist hier gar nichts Alter wir finden gar nichts mehr können uns theoretisch auch ein eigenes bauen woher gehst du du gehst weg von mir warte mal ich hab übelst viel Hunger Alter geh mir denn nicht auf den Sack mit deinem Hunger warte lass kurz warte kurz warte da sind zwei Molochs vor uns vor uns ich seh keine doch die waren die haben mich angeschrieben und die waren da da ist ein Reh warte ich hab doch Vögel Junge du kannst doch jetzt nicht einfach craften doch hier nein rennen ich renn auch ich kämpf grad komm doch her ich so renne ich renne auch ich komm ich hab aber keine Ausdauer ich komm ganz langsam und ganz entspannt angepehnt guten Tag da rechts ist einer hinter dir du bist blöd da ist eine Frau das sind zwei Frauen echt jetzt kann ich wieder piepsen hast du deine wo ist jetzt mein Lagerfeuer ne du hast deine nicht oder hast du deine doch das sind noch mehr aber ich seh mein Lagerfeuer nicht mehr ja keine Ahnung hä wo ist denn das hin doch scheißegal doch hä wo ist denn das hin du hast es ja noch nicht mal fertig gestellt oder doch da sind Molochs hier ist gar nicht zwei zwei sind vor dir zwölf Uhr wo rechts ein bisschen rechts ein bisschen rechts der brennt panisch im Schnee rum als ob du das nicht siehst vielleicht markiert er sein Revier komm lass mal sein Revier markieren ich glaub links ist auch einer der ist gar ein Mist hat sich von dem getrennt oh nein da ja ja genau die rennen rum wie Ameisen Alter Ameisen rennen genau so rum DG bist du behindert ja was war denn das grad für ein Tier der ignoriert dich auch voll ne der ist aber weggerandert oh Gott was ist das denn für ein Vieh oh Moloch noch eine Frau ich hasse Frauen hä du bist gar nicht frauenfeindig wie hat die grad geschrien wie hat die grad geschrien ich bin tot was fast ich habe Mike wiederbelebt mich das war so knapp aber schon dabei sind kann man die eigentlich könnte man denken ja wahrscheinlich kommen jetzt keine Molochs aber ich weiß ja dass in der einen Folge ungefähr 80 kam ich hör was oh scheiße ich war gerade beim Handy ich bin schon wieder tot ich auch fast ich schlachte dich mit ab ja da ist bestimmt noch einer ja ich seh gar nichts mehr ich bin blut ich auch nicht und äh meine Maus hat sich erst verstellt und ich hab keine Medizin ich hab Batterien da ist doch bestimmt noch einer mach mal irgendwie mach mal 10 Feuer 10 Feuer ja ich hab meine Axt weggepackt ich krieg Schaden du hast mich ja fast gekillt nur so zu Info jo ich bin tot ey hör doch auf du Wichser das macht gar keinen Schaden jetzt heul nicht rum ja gut dass ich das noch aufgenommen hab das war's mit der Folge du blöder Wichser Mann ich bin zu gut für die Welt dich wenn ich ich in die Finger krieg wenn ich dich in die Finger krieg nein nein oh jetzt bin ich tot das ist doch romantisch aber können wir uns nicht hier hinlegen und schlafen ey komm wir beenden jetzt hier echt die Folge echt jetzt schon? ja ne andere Folge ne andere Folge beenden wir irgendeine ach Leute setz dich mal neben mich man nicht vor mich ne ne vor Molux kommen ey sei ein idiot ey da will man einmal produktiv arbeiten komm mach 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 nein ihr hier rum stampft und Aufmerksamkeit ich werde los ach Leute wie wir hier ganz entspannt vor dem Meer vor dem Mond des Strahlsitzen mit unserem Feuerzeug das ist doch schön das war ne coole Folge ich würd sagen bis dahin horrorgeil wir sehen uns beim nächsten Mal wenn wir dann wieder voll in Action sind ciao ciao bis bis